Was ist Muskelschwäche? In den meisten Fällen wird der Begriff Muskelschwäche verwendet, um einen Muskel zu beschreiben, der nicht die von ihm erwartete Kraft bereitstellen kann. Dies kann aus einer Reihe von Gründen auftreten, einschließlich Muskelschwund und gehemmtem Nerven. Es gibt auch Muskelkrankheiten, die Schwäche verursachen können. Manche Menschen leiden an einer wahrgenommenen Muskelschwäche, bei der der Muskel nicht physisch schwach ist, die Person jedoch das Gefühl hat, dass sie übermäßige Anstrengungen unternehmen muss, um eine normale Kraft zu erreichen. Ein Beispiel für eine Erkrankung, die dieses Problem verursachen kann, ist das chronische Ermüdungssyndrom. Muskeln dienen zur Unterstützung des Skeletts und bieten Kraft für alltägliche Aktionen wie Schieben, Gehen und Halten von Objekten. Wenn eine Muskelschwäche auftritt, kann dies entweder eine direkte Auswirkung auf die Fähigkeit einer Person haben, bestimmte Handlungen auszuführen, oder sie kann die Haltung und kinetische Kette einer Person beeinflussen. Das letztgenannte Problem kann zusätzliche Probleme verursachen, wie zum Beispiel Überlastungsverletzungen aufgrund von übermäßiger Beanspruchung der Muskeln, die dazu nicht geeignet sind. Es gibt verschiedene Arten von Muskelschwäche, neuronale, peripherale und zentrale. Eine neuronale Schwäche tritt auf, wenn ein Muskel einen hohen Kraftaufwand erfordert, der bei ungeübten Personen neuronale Ermüdung verursachen kann. Wenn ein Muskel stark beansprucht wird, kann das Nervensignal nachlassen, was dazu führt, dass der Muskel bei Spitzenleistung nicht mehr arbeitet. Diese Art von Muskelschwäche ist die am wenigsten verbreitete und ist nicht schmerzhaft. Eine zentrale Muskelschwäche tritt auf, wenn der Antrieb der Muskeln des Körpers abnimmt. Dies reduziert wiederum die Kraft, die den Muskeln des Körpers zur Verfügung steht. Die zentrale Schwäche wirkt sich auf alle Muskeln des Körpers gleichzeitig aus und gilt als Sicherheitsmechanismus, der aktiv wird, wenn Sie mit hoher Intensität trainieren. Periphere Muskelschwäche tritt auf, wenn der Körper einen bestimmten Muskel nicht mit der Energie versorgen kann, die er benötigt. Wenn sich ein Muskel zusammenzieht, benötigt er mehr Energie und eine periphere Muskelschwäche verhindert dies. In manchen Fällen kann dies auch als metabolische Ermüdung bezeichnet werden. Es gibt Krankheiten, die Muskelschwäche verursachen können. Beispielsweise ist Muskeldystrophie im Zustand, bei dem die Muskeln mit der Zeit schwach werden. Diese besondere Krankheit ist eine Erbkrankheit, die eine Vielzahl anderer Symptome hervorrufen kann, einschließlich Lernschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen. Entzündliche Myopathie kann auch dazu führen, dass die Muskeln des Körpers schwach werden. Die Muskeln des Körpers